Die nächsten beiden Spezies Das ist unfair, die arbeiten so genau zusammen Alter, wie um alles in der Welt Du hast da den einen Typen, der die ganze Zeit Nahkampfattacken durchführt Ja Alter, was soll denn Müll? Du weißt diese Attacke aus und dann kriegst du direkt die nächste ab, Alter Das ist doch ohne Witz Du weißt! Du weißt! Du weißt! Du weißt! Alter, jetzt ist grad ein bisschen... Und dann, als! Also Leute, langsam wird es echt Hardcore. Das Problem ist, er hat echt so scheiß Fernkampf-Attacken, Alter. Ich hab so null Leben. Es ist nicht machbar gewesen jetzt, ohne Witz, Leute, es ist nicht machbar. Eine Stunde, neun Minuten, ich kann nicht aufhören. Ach. Du kriegst jetzt auch grad nur die Mega-Smash-Badass-Attacken und sowas und kämpfe hier. Okay. Weiß ich nicht. Ja, das hatten wir schon mal. Also, das Geile ist, wir können den erstmal auf Distanz lassen. Da werden wir keine großartigen Probleme mit haben. So, den können wir erstmal so in der Luft, weil da wird nämlich nicht viel ausrichten können. So, das war's mit Auflagen im Endeffekt. Den behalten wir schon auf Distanz. Den können wir auf Distanz halten. Und jetzt hat er wieder ab. Kleine Schwögele. Und jetzt hat er wieder ab. Okay, das klappt irgendwie jetzt nicht so gut. So, jetzt hab ich den ersten Schlag, Alter. Wichst dir ins Knie. Okay, er ist ein bisschen zu nah gekommen jetzt. So, Feierabend. Es zieht schon mal ein bisschen strategischer jetzt ab. So, immer schön aufs Maul hauen. Er kann nämlich nicht weiter zurück. Das ist nämlich jetzt sein Problem. Er versucht abzuhauen, aber er kann nicht weiter zurück. Okay. Okay. So, Feierabend. So, jetzt. Oh, was geht das jetzt? So, das kann ich jetzt. Das haben wir. Aufladen. Und jetzt schön! Schön reinlaufen, Tobi. Hast recht. Würde ich auch machen. Und nochmal Also schön war, du kleine Liebersau Ja, komm mal her Ich hab jetzt echt die Schnauze voll mit dir Und den hinterher So, hör auf auszuweichen Tobi Hat keinen Sinn Ja, ich kenn das Ich kenn das schon sehr gut Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade mehr leben haben als sonst Und damals Und damals Und damals Und damals Und damals Und damals Wie viel damals gab's denn Boom Hat Tobi nicht mehr gerechnet Scheiße Nicht rechtzeitig So, jetzt haben wir natürlich das Problem Der Scheiß Fernkämpfer Der Scheiß Verschiffene Fernkämpfer Ja Ja Ich drück nur einmal auf Attacke Und er macht zwei Alter Mann Es läuft genau so beschissen wie eben gerade Ab were... war wie gerade war wie gerade Ich kau interpreted Bist das Bist das If Ich muss hier noch eine Technik finden, aber ich habe keine Ahnung welche. Ich bin schon wieder fast dauernd, es ist zum heulen. Wenn er einen fucking Fernkämpfer ist und er so... Ununterbrochen ballert er aus seinem Schwanz seine ganze Kacke raus, Alter. Ja, wir hatten die Kacke gerade erst. Was ist das? Wchenken, wir beginnen! Das ist ein Wchenken, ich bin ein Wchenken, ich bin ein Wchenken. Was läuft jetzt? Was er auf einmal alles ausweicht. Verdammte Fatsenscheiße hier. Endlich. So, den halten wir auf Distanz. Den geben wir mal direkt hier. Hör auf, mich zu treppen, während ich dich treffe. Das ist voll unhöflich. Der trifft mich ja auch die ganze Zeit. Das ist zum Heulen. Okay. Okay, aufladen, aufmachen, voll an mir vorbei. Super, daneben. Vollkommen verschwindet. Willst du mich jetzt verarschen? Kachibi? Machen wir es auf der altmodischen Art hier jetzt, Alter. Heck damit. Das ist voll lame, die Taktik. Da wird echt grad nix anderes übrig, Alter. Es funktioniert sogar. Ich werd irre. Okay, bis hierhin kann ich noch ein bisschen weiter. Es ist grad lame, aber es ist die beste Taktik, die ich habe. Es ist so unfassbar lame. Das ist so mega lame. Und er macht den letzten. Das funktioniert. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich wieder haufenweise Lebenspunkte mal sichern können durch eine geile Taktik. Und natürlich muss er jetzt tausendmal besser sein wieder. Mach das jetzt 5000 Mal. So. Und du weißt, dass man... nicht ausfällt, was ich grad sagen, ey. Ach Leute, mach doch nicht so eine Schade-Animation, wenn ich grad mit einem Battle bin. Schade-Animation, wenn ich so eine Schade-Animation bin.